Hi und herzlich willkommen zurück hier bei unserem Super Detective und eine Sache, ich habe jetzt gemerkt, normal verbraucht hier eine Minute 20 Sekunden Real Life. Dann habe ich glaube ich herausgefunden, wie wir die Fliegen wegkriegen, zumindest bei den Aktenkoffern, wo ich Dings auswählen konnte, konnte ich meine Klamotten waschen, das dauert aber wohl 24 Stunden, also wenn wir die Fliegen leider noch ein bisschen haben. Und ich musste jetzt zwischendurch was essen, ingame, und habe dann auch bei den Zigaretten mal nachgelesen, da vergeht die Zeit wie im Flug. Ich hätte einfach bloß eine rauchen müssen und dann vergeht die Zeit auch echt schnell. So viel dazu, man hätte mal eher lesen müssen. Well then, Olivia talked to me. N-Yes. In the beginning, Nick only went to the gallery during the day, but he went so often, at some point he became friendly with Diane. They started going out drinking together, and now he doesn't come home until early morning. He always says that they were only drinking when I ask. He blames me for not being able to talk about Turner and Rembrandt, which of course I can't, can I? So what can I say? Finally, I couldn't take it anymore, so I followed him. He did go to the bar, to start with. Diane was there too, but the real problem is where they go to next, right? So, I waited outside the bar, to see where they might go, and they eventually left the bar and headed for the art gallery, but it was, it was already early morning, but it was still dark. Just before going inside, Diane turned around. It should have been too dark to see me, but I swear, her eyes looked right at me. They seemed to have flashed for a moment. I was so rattled that I left and went home. The next day, Anna was found dead. I, I didn't know what to do. Ich bin in die Galerie, um zu sprechen zu Dianne, um sie zu konfrontieren. Als ich da war, konnte ich nicht den courage, um es zu gehen. Dann habe ich dich da und dachte, ich musste nach Hause gehen. Nick hat sich die Dianne gesehen, nicht wahr? Er hat sich gerade für heute Nacht. Ich weiß wirklich nicht, was zu machen. Jörg, wir haben Nick in den Fragen. Nein, noch nicht. Das ist nicht genug. Emily! Answer me! Das ist Emily. Agent York ist mit mir, auch. Ich habe gerade gehört, von Thomas aus dem Sheriff's Department. Something hat passiert, bei Becky's Haus. Es wurde in von Quint, aber er war nicht mehr Sinn. Wir haben keine weiteren Details. Ich habe Thomas übernommen. Kannst du ihn zurückführen? Ja, Herr. 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 Sie lebt in der großen Haus, über die Läge. Hurry! Ich hoffe, dass das nicht alles ernst ist. Dammit, Zack. Herr. 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 Wenn ich hierher war, er schon so war. Ich sollte bald sein. Call George und sag ihn nach hier. Und warte hier. Ich gehe in den Weg. Und als sie beide hierher kommen, folgen George's orders, ok? Ja. Aber Agent York, ist es gefährlich, zu gehen da alleine? Bitte, keine Angst. Zack ist mit mir. Zack, ich muss mich zuerst. Ich muss meine Hände, so ich kann alles in. Zack, sie sind auch hier. Ich hatte ein schmerzes Gefühl. Ich hoffe, es ist keine große Wettbewerbung. Ich werde mal ein Säbel ausprobieren. Und ich hatte jetzt zwischenzeitlich, wo ich ja da warten musste, oder so das Gefühl so, ach, naja, werde ich das überhaupt irgendwie, die Horrorsport reinpacken oder so, oder die Playlist, weil größtenteils passt es halt nicht so. wirklich dazu, ist halt eine schöne Ermittlungsgeschichte. Aber Hauer, hm. Aber dann haben wir wieder sowas. Das kam tatsächlich. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Okay, gut. Wir haben da mal wieder wen. Ach Leute, ich dachte, ich kann da hinten hin, weil da ist irgendwas Rotes gewesen. Ja, mach den Schrank doch langsamer auf. Weißt du, Verbandskasten. Nehmen wir mal so. Mehr kann ich nicht tragen. Räume dein Inventar auf. Willst du mich verarschen? Okay, dann pack was in den Kasten. Ich habe doch gar nicht mehr so viel, oder? Warte mal. Von wegen Inventar. Aber ich habe doch vorhin noch geguckt. Objekte. Hä? Kann ich jetzt bloß einen Verbandskasten normal mitnehmen? Ach, ich habe schon davor... Ach so, da steht Objektlimit. Okay, gut. Ja, okay. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wird dann einzeln gestapelt. Aber gut zu wissen. So. Aber hier rüber komme ich ja noch nicht, weil der blöde Ding zum Weg ist, ne? Oder? Ne, natürlich komme ich hier nicht durch. Ich muss jetzt irgendwie über die Treppe. Okay, wir machen nochmal ganz langsam auf. Warum man da auch nicht einfach rübersteigen kann? Also das... Ne? Wenn hier komme ich ja... Naja, egal. Gut. Gehen wir mal rennen. Wir wurden ja quasi gebeten. Ach, guck mal. Hier könnte ich auch schlafen. Will ich aber nicht machen, dann kriege ich nämlich wieder... Oh. 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 Zack, das ist eine strange coincidence. Look. Red Velvet. Just like the place where Anna was murdered. Die hat sich um... Oh. Vierge. Ich werde nicht sagen, dass ich jemanden über Anna. Oh. Das ist die ganze Zeit. Stop! Please! Stop! Too much noise. We are still missing a vital piece of the puzzle. Also, es wird... Okay. Ja, wie gesagt, ich wollte halt irgendwie mal was ändern, aber geht leider nicht. Kirschkuchen. Ich meine, ich brauche eh Essen. Ja, cool. Den können wir uns eigentlich gleich mal einverleiben. Das war hier. Ja, wirkte Kirschkuchen. Weil ich weiß halt nicht... Okay, das ist sehr schön. Ich weiß halt nicht, wie das aussieht, wenn er wirklich keine Dings mehr hat, ne? Warte. So, schon mal ein Säbel ziehen. Ich bin wirklich gespannt, wie lange das hält. Was haben wir hier noch? Achso, Kasten. Ja, nee. Oh, weiß man nicht. Ich wollte mal wieder mit Elan rein, ne? Darf ich auch wieder nicht. Hier geht's zumindest nicht lang. Hier geht's aber lang. Okay, ach, guck mal, da sind sie eigentlich unsere Freunde schon. Das Ding ist, ich hab natürlich hier keine Map, also... Hm. Wo die Location an sich halt... ... ganz cool ist. Ich muss mal... Du hast grad etwas gegessen, Mann. Ich hab jetzt zweimal eingeschlagen. Ja, und der Zweite hat eine Waffe zur Verteidigung gehabt. Aber ich glaub, so lange hält der dieses Säbel nicht. Und das... Dafür, dass das 300 gekostet hat oder so. Ähm. Weiß ich nicht. Ist ein bisschen wenig. Wo sind jetzt hier die... Okay, hier scheint die Herrschaft nicht zu sein. Juuuuh. Okay, was hat der fallen lassen? Nehmen wir. Kann es nicht mehr tragen. Okay. Kommt den Kasten für später. Ich glaube, ein Munition wird es uns doch hier zum Glück nicht mangeln. Hä? Willst du mich ver... Ich hab dich gerade umgebracht, Mann. Der... Äh. Ach komm. Gleich drauf da. Gleich drauf da. Verzündet. Hallo, jetzt... Treff die doch mal. Ach, na toll. Ähm. Kannst du von dem Typen weggehen? Der Typ, Alter. Hallo. Okay. Okay, war... Voller Fehlkauf gewesen. Hallo, kannst du mal... Ich weiß, ich hätte den nicht alle umrotzen müssen. Ich hätte den nicht alle umrotzen müssen, aber... Ganz ehrlich, der Säbel, dass der so schnell kaputt geht, das war eine übelste Fehlinvestition. Äh, toll. Sollte es vielleicht gerade am Anfang auch nicht... Oh Gott. Ich sollte es vielleicht noch nicht gleich am Anfang übertreiben mit dem... mit dem... mit dem Wegballern. Wo das halt echt Spaß macht, aber ich hab halt bloß noch 100 Schuss. Oder das, was ich noch im Kasten hab. Da müssen wir aber erst wieder zum Kasten kommen. So ist fucking undurchsichtig. Jetzt frage ich mich wieder, kam ich nicht von hier? Oh, ja, gut. Warte. Bevor ich die Puppe wegballer. Na, wirst du wohl? Oh, okay. Wenn er keine Lust hat. Oh. Okay. Darauf hätte man vielleicht setzen können. Hab ich eigentlich notfalls. Ne, hab ich sogar nicht. Hä? Oh. Ich find das hier sehr verwirrend, um ehrlich zu sein. Also, die Map. Was ist das jetzt hier? Schinken vom Land. Naja, super. Also, falls da wirklich zu sehr Hunger kriegen, der sollte doch so etwas stillen. Problem ist bloß. Klein. Ja, nehmen wir auch nochmal auf. Langsam wird's schwierig. Also, mit der Munition. Ich dachte, wir hätten eigentlich... Oh, sag mal. Ja, toll. Jetzt komm ich aus der Ecke nicht raus. Willst du mich verarschen? Ich hab einen Spawn-Gegner, wenn ich... ... an einer Stelle, wo ich nicht mehr weg kann? Hier schon wieder. Alter. Langsam wird aber... Toll. Toll. Alter, dreh dich doch mal so, dass ich auch was sehe, Alter. Hä? Willst du mich verarschen? Sind das gar nicht die... Sind das gar nicht die Patronen für das, was wir brauchen? Hä? Was? Hier. Objekte. Waffen. Eingriff sehr schwach. Ja, und 10mm Automatikkugeln, aber... 200... Ich guck mir auch mal an, wie viel ich davon hab. Habe ich jetzt wieder aufgefüllt? Muss ich das so umständlich machen? Ich dachte, er lädt da wieder nach. Ne, hat er nicht. Okay, warte mal. Dann... Amazing. Ich kann's ja doch mal in den Kasten packen, aber... ... dass man nicht separat irgendwie nachladen kann. Also wahrscheinlich muss ich wirklich erst leer schießen. Alter, darf ich da endlich mal durch? Willst du mich verarschen? Warum spawnen da die ganze Zeit die Gegner? So, jetzt werden wir mal ja sehen, was Fasse ist. Er lädt nach. Jetzt sollte ich... Ja. Halt, da kommt... Da kam noch einer von der Seite, Mann. Boah, jetzt nicht hittelig werden. Muss ich hier überhaupt lang? Hä, hab ich irgendwie einen Ausgang? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wie viel sind denn das jetzt hier? Ja, renn in die Flammen rein, du Trottel. Hallo, Kameramann! Jetzt dreh dich doch mal! Muss auch fast bald mal einen Verbandskasten nehmen. Alter, die spawnen ja hier ständig. Habe ich hier eine Tür übersehen? Ach lol, da komme ich durch. Äh, ich würde aber trotzdem erst mal Verbandskasten nehmen. Sorry, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen genervt wirke, aber... Äh, Objekte... Verbandskasten klein, habe ich 6 von 8. Ich mache mal hier einen. So, das passt. Damit wir auch wieder, welchen aufnehmen können. Ich meine, im Kasten haben wir eh noch welche drinnen. Aber das habe ich jetzt gar nicht für vollgenommen, dass ich hier durch die Tür auch kann. Ich dachte, die wäre verschlossen. Sorry. Hm. Nein, den wollte ich doch gar nicht. Alter, komm. Der Loch ist weg. Und wir haben einen Golfschläger. Auch schön. Vielleicht werde ich damit ein bisschen mit rumlatschen. Ich meine... Kriegt man sonst, glaube ich, eigentlich ganz gut weg. Aber ich werde eh mal eh eine Dingsdorf verschießen. Weil wir haben ja echt noch viel. Ja, Lutscher, nehmen wir mal. Obwohl das mit dem Essen halt ein bisschen nervig ist. Aber jetzt auch nicht so krass der Rede wert. Okay, äh... Ich habe das eigentlich nur gemacht, damit ich hier mal in Ruhe durch kann. Naja, komm. Schieben wir mal. Ich meine, der Kasten geht sowieso fast den Arsch. Ist halt einfach... Ja, ja. Um Munition zu sparen. Obwohl es halt echt gut noch aussieht, ne. Ich habe mich ja versorgt. Und wir können ja beim Händler immer wieder neu kaufen. Ich habe mich nicht schon einen Arsch. Ich kann nicht nur meinen Arsch. Ich helfe den Arsch ohne. Das kann alles sein. Äh... Sehr gut. Spiegel, wird das jetzt so Origins mäßig? Warte mal, ich geh erstmal oben drüber, weil wir jetzt ja Gott sei Dank hier hin... Okay, ich geh... Komme ich durch? Warte. Natürlich komme ich nicht durch, schade. Ich wollte nur auf die andere Seite gehen, weil da noch irgendwas war, was wir mitnehmen konnten. Ist das jetzt so Origins, äh so Silent Hill Origins mäßig, dass ich durch Spiegel gehen kann? Das war's für mich. Es macht sich auf engen Raum halt besser. Ich weiß jetzt nicht, wo die anderen hergescheißert kommen. Die werden hier oben sein. Wo bist du denn? Wollte grad sagen. So. Ja, schön. Nicht wundern, ich hab das jetzt mal abgebrochen. Geht halt einfach schneller. Was haben wir hier noch? Ja, nehmen wir mal Verbandskasten Klein. Wunderbarchen. Und ja, das war der erste Hinweis. Ich hatte aber grad so viele gehabt, von wegen so nah, ob man da vielleicht durchkommt. Wer weiß. Durch die Türkei auf jeden Fall nicht. Nichts, da sind wir schon. Ja, da sind wir schon. Das ging schnell. Oh, fah- Alter. Jetzt. Oh, ich hasse es. Ich hasse es so, dass er sich noch den beschissenen Knüppel angucken muss. Total sinnlos. Okay, der ist schon weg. Jetzt können wir die auch endlich mal nehmen. So. Ich zeige jetzt das weitere Profiling halt nicht. Ich nehme da halt die Kohle für mit, weil das reicht zu. Wir sehen am Ende, ja, damit ich den dritten gefunden haben sollte, wo es hingeht. Ob wir das allerdings schaffen werden, kann ich, also jetzt in der Folge noch schaffen werden, kann ich allerdings nicht versprechen. Ich glaube sogar bald eher nicht. Okay. Da kommen wir nicht durch. Hier könnten wir pennen. Dann würde ich bald sagen, speichere ich hier. Ja, sorry, an der Stelle. Aber, ähm, dann werden wir mal morgen gucken, was, was der, was der letzte Hinweis ist, beziehungsweise wie es hier weitergeht. Da ich, wie ich vor, in der letzten Folge, glaube ich, schon sagte, der Zeitdruck steht jetzt nicht wirklich, aber das Zeug braucht halt ein bisschen zum Verarbeiten und ich jetzt dann noch auf Arbeit muss. Äh, ist halt zeitlich ein bisschen knapp und ich weiß halt nicht, wie lange das geht. Und ich möchte das gerne verarbeitet haben. Nicht geschnitten oder so, sondern das, das Elgato-System braucht halt in halbe Ewigkeit gefühlt bei den alten PS3-Spielen das, das zu konvertieren. Ähm, werde ich das jetzt an der Stelle erstmal beenden. Sorry. Ja, aber, ähm, da können wir morgen frisch in das Haus weiter schauen. Außerdem kann ja sein, dass wir wieder irgendwie einen Bosskampf haben oder irgendwas, was noch ein bisschen länger geht oder noch ein längeres Gespräch. Deswegen, ja, trotzdem, äh, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen hier wieder. Bis dann. Ciao, ciao.